. Genau für sie hat er sich... Warum? Und für was? Und warum hat er das gemacht? Für ihre Sünden bitte! Du bist Gebeneteit unter den Frauen. Und Gebeneteit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Hier lege ich mir die Muttergottes. Die Wandermuttergottes, schauen Sie! Zeigen Sie mir mal, wo Sie die Muttergottes hinstellen wollen. Ach, wie flüchtig, ach, wie nichtig Ist der Menschenleben Wir schwören dir, unsere Treue ist im Grunde. Amen! Wir schwören dir, dass Österreich wieder katholisch wird. Amen! Was? Hat er dir deine Familie rausgeschmissen? Bitte. Not auf. Weisenden Properties Töne Weisenden Halt. Töne 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 Ach, wie flüchtig, ach, wie nichtig ist der Menschenglücke. Wie sich eine Kugel dreht, die bald da, bald dort entsteht, so ist unser Glück seht.